Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 19.10.2023 Und das gefällt ihm, guck doch mal wie der gekrault werden will hier unterm Kinn, das gefällt dem DAX-I Hat er jetzt gekriegt hier, endlich mal so ein bisschen Rutschen nach unten, solange jetzt die Bärenbilder hier drinnen gehabt Ich würde mal das Kästchen wieder reinnehmen, wir hatten es ja gestern schon drin Wir haben darüber gesprochen, über das Risiko, dass ihr das Bild im Hinterkopf behaltet War mir bloß nicht ganz so sicher, ob denn das Hoch da schon so stehen bleibt Wir hatten gesagt, es wäre auch legitim gewesen, das weiter oben anzusetzen Je nachdem, was er da jetzt noch zum Mittwoch oben drüber gestellt kriegt Wir hatten gesagt, er müsste über die 280, 300 hier drüber, um weiteres Anschlusspotenzial zu machen 340, 420, das hat er aber nicht getan, er war ja drunter geblieben Und wie hat man gesagt, kurze Leine, kurze Leine lassen unter 220 Dann abwärts bis, ach Gott, hätte ich mir nochmal anhören sollen Was haben wir gesagt? Keine Ahnung Bestimmt 150, 100 Bis zum Zweifel sogar hier 14,8, 30 Wir hatten ja das Kästchen auch, glaube ich Doch, wir haben das Kästchen reingemangen gehabt Von daher, das ist, was er noch an Potenzial hat Und das wäre jetzt auch zum Donnerstag noch drin Dürfte auch per Abwärtsskap eingeleitet werden Also es wäre jetzt nicht verboten Er dürfte das Skap auch offen lassen Das würde ihm dann ein bisschen leichter fallen Hier vielleicht noch eine Punktlandung hinzukriegen Passt auch ein bisschen auf Der DAX dreht in letzter Zeit recht häufig hier vor wichtigen Bereichen und Zielen Ja, würde vielleicht hier mal so ein Bereich ab 8,50 stand Aber selbst das, selbst wenn ich jetzt in der Analyse 8,50 sage Das hat er so oft hier jetzt schon immer mal wieder gemacht Dass er so vor so, auch hier oben mit der 15,600 Und wo war das hier unten, auch mit dem Doppelboten Dann eben nicht eine 15,100 nochmal gespielt Hier war das, ne? Der ist ja dann bei 15,1,10 Das hat man auf Long wie auf Short-Seite, glaube ich, oft gesehen jetzt hier Also immer mal ein bisschen eher wegtreten Und deswegen würde ich am Donnerstag sehr, sehr, sehr genau jetzt hier auch auf grüne Stundenkerzen achten Und, ähm, also wirklich 1-Stunden-Kerzen Nicht 2-Stunden-Kerzen, sondern 1-Stunden-Kerzen Wenn er anfängt, da irgendwie grün zu treiben Mir ist da 8-Uhr-Kerze, 9-Uhr-Kerze, ist mir fast auch egal Alles, was dann so über den Tag kommt, ähm, ich sag mal so ab 9,30, ähm, 10 Uhr Also eigentlich ist mir die 9-Uhr-Kerze auch schon wichtig Aber bei der 8-Uhr-Kerze klappt das eigentlich nie, ne? Ähm, das sieht man sehr häufig mal Dass der Dachs, äh, früh so mit einem Abwärtskiptern reinkommt In den Donnerstag, dann macht er so eine grüne Stundenkerze 8-9 Uhr Dann kommt er 9 Uhr rein und tritt es komplett wieder um Und haut nach unten eine viel längere rote Das ist wirklich so die einzigste Stundenkerze, wo das nicht funktioniert Aber ansonsten kann man sich da immer ganz gut dran orientieren Gerade in Donnerstagen, die aus ähnlichen Situationen hier in den Start gehen Äh, solange der da auf roten Stundenkerzen treibt Kann er weiter abgegeben werden Aber wenn der anfängt, grün zu schieben Ähm, dann lasst ihn auch erst mal schieben Weil das ist Donnerstag und es ist Dachs Und diese Kombination, ähm, der ist da sehr stochig einfach, ne? Und der kann da auch viel Kraft entfalten Weil die Leute dann halt schön getrieben kriegt Und ich sag mal, wenn er es richtig macht Und er treibt hier ordentlich durch Wäre, äh, so 280 frontal im Rücklauf ja direkt erreichbar Dreht er sich dann dort auf eine rote Kerze wieder um Kann er von dort auch nochmal ein neues Tagestief nachsetzen Also, der wird sich wirklich ein bisschen größer anfassen Und wir haben ja hier vom reinen Bewegungsverlauf Wir haben eine Abwärtswelle gesehen Wir haben dreiteilig nach oben eine, ich sag mal, B-Welle geschossen Ähm, wir haben jetzt hier in der inneren Struktur Sind wir hier in den ersten Stoß nach unten Sind nochmal zu hoch gekommen Haben eine längere Bewegung Haben wir unten nochmal hochgestoßen Und zurückgekommen Also, das klingt jetzt blöd Aber das könnte sogar reichen Wenn er uns richtig verarschen will Wenn er uns wirklich Wenn er alle hier richtig verarschen will Dann macht er von hier noch den jetzt hier Dann schiebt er die Bewegungswelle Von hier unten Jetzt nochmal hier zur Seite Und drückt sich hoch bei 68 Ich, ich, das ist nicht Dass ich das jetzt unbedingt glaube Oder dass ich denke Das tritt auf jeden Fall ein Aber habt es mal im Hinterkopf einfach Wenn der anfängt, Grün zu treiben Orientieren sich die Leute einfach an sowas Und dann wird es einige Analysten geben Auch für größere Geldhäuser und so weiter Die dann eben sagen Okay, Vorsicht Der könnte theoretisch bis da oben rein Und dann kommen da ein paar Käufer hinterher Und dann kann das gut sein Wenn er anfängt, Grün die Stundenkatzen zu drücken Dass er hier eben wirklich bis zu 1,80, 200 Vielleicht sogar bis zu 3,40, 360 Am Donnerstag schon geschoben bekommt Klingt jetzt völlig gaga Weil ja der Mittwoch so schwach war Aber Donnerstag muss man offen auf beiden Seiten sein Ja, ich denke Das wahrscheinlichste ist Dass der unser Kästchen hier voll macht Aber ich weiß ganz genau Wie die meisten von euch Sich verzocken Wenn der anfängt nach oben zu schieben Und ich glaube Da ist so die Schwachpunktstelle von vielen Ich erzähle deswegen Ich erzähle nicht diese Aufwärtsvariante Weil ich glaube Dass die Die eintritt Ich erzähle die besonders ausgiebig Weil ich glaube Dass sich dort die meisten wehtun Wenn es eintritt Versteht ihr das? Ja Es ist keine höhere Wahrscheinlichkeit Dass er nach oben auskommt Und die Leute alle an die Wand klatscht Ich glaube aber Es fällt viel mehr von euch schwer Damit dann umzugehen Wenn es kommt Und deswegen Erzähle ich da länger drüber Ja Ich weiß Ganz ganz viele haben da immer ein Problem damit Wenn ich über eine Variante Länger spreche Denken die Das ist die Variante Die ich kommen sehe Aber oft versuche ich euch einfach nur zu helfen Und eben auf Die Situationen auch vorzubereiten Die schwieriger zu traden sind Einfach weil sie einen Weil sie gegen den Instinkt Den eigenen menschlichen Instinkt arbeiten Ja Habt es gehört Weiter Ich würde trotzdem favorisieren Dass er das Kästchen voll macht Und hier noch nach unten durch geht Wir haben die nächsten Ziele Bei 9,80 Äh 9,60 Und auch 8,30 Vielleicht bei 8,50 Mal ein bisschen genauer schon hingucken Auf jeden Fall Er will da eher drehen Ähm Das wird dich favorisieren Aber guckt mir ein bisschen Auf den Stundenchart Dass ihr die Stundenkerzen Da am Blick habt Und wenn ihr anfängt Grün zu treiben Lasst ihn ruhig ein bisschen drücken Ja Also ich sag mal 15,100 Ist ein easy Rücklauf Das kriegt ihr fast aus dem Stand Von überall hier unten hin Ja Und 15,180 15,200 Da fangen dann schon die Leute an Ein bisschen aus dem Konzept zu kommen Ja Und dann hauen sie alle gegen den Trend Hauen sie gegen die Erholung dagegen Und dann drückt sie den noch oben Bis in den Freitag rein Wieder auf 3,40 3,60 Und dann ist Geheule groß Und das muss ja nicht sein Man kann das relativ früh Man kann sich persönlich Schon relativ früh Äh Vor so einem Fall schützen Indem man einfach in der richtigen Richtung Dann mit dabei ist Ja Und das ist eigentlich relativ einfach Ähm zu handeln Indem man einfach da Auf die Stundenkerzen guckt Klingt Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen Zu einfach dargestellt Ganz so einfach ist es ja in der Praxis Dann doch immer nicht Es fällt immer vielen schwer Aber Die Signallage ist da Eindeutig Ja Gut Ich denke ihr habt es verstanden Ich habe mir zumindest viel Mühe gegeben Wenn nicht Dann habt ihr Pech gehabt Dann müsst ihr da durch Müsst ihr leiden Aber mehr Anders kann ich es nicht ausdrücken Also Ich denke ich habe das gut gemacht Oder gut erklärt Ähm Hier nochmal ein bisschen auch der Blick Auf den Channel Der Channel liegt jetzt im Bereich um Sogar Oh der ist sogar tiefer Guck mal Oh der ist sogar ein gutes Stück schon tiefer Ich dachte der liegt auch bei 8,30 Da hätte ich mal eher drauf gucken sollen Das habe ich glaube ich im letzten Update Mail Update anders geschrieben Der Channel liegt jetzt am Donnerstag Sogar bei 7,70 Das ist ganz schön tief Das habe ich ja nicht mit gerechnet Ändert sich aber trotzdem In unserer Einschätzung hier nicht 7,70 7,70 Na das ist ein Ding Wo liegt das Teil hier 8,30 8,40 Warte mal Lass mich bloß mal was gucken Wir lassen das mal so drin Aber 7,70 ist der Channel im Tagesschart Ja also wenn er Wenn er nicht hoch kommt Sollte man Freitag fast damit rechnen Dass der 7,70 Einläuft Vielleicht sogar tiefer dann 7,20 am Freitag Ja das Und dann kommt hier auch der Aufwärtstrend Ja dann kommt hier der Aufwärtstrend Von hier unten Vom Tief Vom Vom letztes Jahr November Tief Der kommt hier unten bei 7,20 aktuell Das würde sich dann kreuzen Wenn es auf den Freitag kommt Ja Habt ihr ein bisschen im Ohr Trotzdem bleibt Das mein favorisiertes Szenario Auch eigentlich Ganz ehrlich Ganz ehrlich Dass er hier hoch zuckt Weil der hat die Kästchen So oft angespielt Die letzten Wochen Der macht das so gern Momentan Immer wieder mit diesen Kästchen Zu spielen Ich würde das wirklich Favorisieren Aber ihr wisst wie es ist Man Es ist kein Wunschkonzert Die Börse Ja Auch wenn ich irgendwas gerne hätte Ähm Ich handle das was kommt Ich kann mir das nicht erlauben Zu sagen Oho Jetzt handle ich dagegen Weil er nicht das macht was ich will Ich will das aber noch haben Ne So handle ich nicht Wenn der anfängt Hier irgendwie bullig zu treiben Und die ganzen Leute Jetzt an die Wand zu klatschen Die jetzt ultra bärisch gestimmt sind Weil die Analysen alle grottig Nach unten zeigen Der klatscht hier an die Wand Der steht am Freitag bei 3,60 Also Aber wirklich nur Wenn die Signale kommen Wenn nicht Dann bin ich hier auf der Shortseite Natürlich mit dabei Und versuche den hier runter zu traden Das ist Das muss klar sein Das müsst ihr verstehen Sonst Sonst braucht ihr euch die Analyse nicht angucken Weil dann versteht ihr nicht Was ich euch sagen will Aber ich glaube Ihr habt das verstanden Denn ich habe es gut erklärt Den geht es zumindest Also Freunde Ich mache hier jetzt zu Wünsche euch viel Erfolg Gutes Klingen Wir hören uns morgen wieder Bis dahin Tschüss